Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Deals of the Week. Ich habe sogar das erste Produkt schon auf, einen richtig geilen Crosshelm, da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Also viel Spaß bei der Folge. Wer denkt sich diesen Scheiß eigentlich schon wieder aus hier? Schön. Ja, wir fangen an. Direkt mit dem Wrap von Airo in der Louis Edition. Der ist gar nicht regulär mehr so zu haben. Der hier ist exklusiv bei Louis mit der neuesten ECE-Norm der 2206 geprüft. Nein, die Crossbrelle ist nicht dabei, aber es musste für den Joke jetzt dabei sein. Natürlich hat er für einen Crosshelm, wie es sich gehört, viele Belüftungsmöglichkeiten. Permanent hier am Kinn zum Beispiel oder auch am Oberkopf für die Entlüftung. Hinten verbaut dann die Entlüftungsventile. Wir haben einen Doppel-D-Ringverschluss und natürlich sehr komfortables, herausnehmbares Innenfutter. Der Helmschirm ist natürlich noch anpassbar. Ich habe ihn gerade schon in die beste Position gepackt, so ein Crosshelm. Da gehört der Schirm einfach ganz nach oben, sieht am aggressivsten aus. Und der kostet gerade nur 149,99 Euro anstelle von 179,99 Euro. Unser nächster Deal ist eine Indoor-Updeckhaube von Louis. Also für alle, die ihr Motorrad lange stehen lassen, z.B. in der Garage, ist das hier die optimale Lösung, um das Motorrad zu schützen. Nämlich vor Rost, vor Korrosion und Ähnlichem. Weil in dieser VCI-Faltgarage ist so ein Wirkstoff drin, der das ganze Motorrad konserviert und entsprechend schützt. Also quasi so, als ob ihr ein Motorrad komplett mit Korrosionsschutz einmal vorher eingesprüht habt. Das erledigt die Plane von alleine. Geht 24 Monate, also der Wirkstoff hält 24 Monate. Und wenn das abgelaufen ist, dann kann man sich einfach ein Nachrüstpaket sozusagen dafür holen. Und dann funktioniert das auch für die nächsten Jahre wieder. Ist sozusagen die größte Limit-Tüte für euer Motorrad. Die kostet jetzt nur 29,99 Euro in einer kleineren Variante. Es gibt nämlich zwei Größen und 39,99 Euro die größere. Anstelle von entsprechend 39,99 Euro und 49,99 Euro. Unser nächster Deal ist von Saito ein Batterieladegerät und Diagnosegerät. Das kostet gerade nur 19,99 Euro anstelle von 49,99 Euro. Also 60,01 Prozent reduziert. Ein Wahnsinnsangebot, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich habe fast kein günstigeres Ladegerät bisher gesehen. Das hat einen Ladestrom von 1000 bis maximal 4000 mAh. Also deckt auch eine Menge ab. Kann so ziemlich alle 6 oder 12 Volt Batterien laden bis auf Lithium-Ionen-Batterien. Hat dazu eine Analysefunktion, um zum Beispiel tiefenentladende oder defekte Batterien entsprechend dann auf dem LCD-Display zu erkennen. Das Ladegerät kann auch noch dafür benutzt werden, um zum Beispiel eure Batterie zu überwintern. Hat also eine Haltungsladefunktion oder auch einen Überladeschutz. Das Ladegerät hat einen Verpolungsschutz, ist kurzschutz... Kurzschluss... Es hat einen Verpolungsschutz und ist kurzschlussgeschützt. Scheiße. Und ist kurzschlussgeschützt. So, unser letzter D ist noch eine Arbus-Schloss-Kettenkombination, die ich tatsächlich zu Hause auch selber habe. Finde ich sehr gut. Ist sehr, sehr robust. Sind 1,10 Meter dicke Kettenglieder. Die ganze Kette ist 1,10 Meter lang. Und das Besondere an dem Teil ist, dass man hier einfach diesen Körper, den Schlosskörper sozusagen, auch als einzelnes Bremsscheibenschloss verwenden kann. Hat zwei Schlüssel dabei. Natürlich gegen jeglichen Diebstahl geschützt, wie zum Beispiel gegen Bolzenschneider. Pickingschutz hat es. Und natürlich ist der ganze Kettenschlosskörper umwickelt mit Textil, damit eure Felgen oder das ganze Motorrad natürlich nicht zerkratzen, wenn man die Kette durchführt. Und am allerwichtigsten ist natürlich der Preis. Das Ding kostet nämlich gerade 50 Euro weniger. 74,95 Euro anstatt von 124,95 Euro. Und damit war es das diese Woche wieder. Ich hoffe, es war ein Angebot für euch dabei. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wie gewohnt. Also schöne Woche. Haut rein.